So, hier im Hintergrund sehen wir eine große Statue namens Christus der Erlöser. Und wo steht diese Statue Christus der Erlöser? Laut ChatGPT steht diese Statue auf dem Gipfel des Corcovado-Berges in Rio de Janeiro, Brasilien. Und genau das ist auch die Heimat des brasilianischen Betriebssystems BROS. Und daraufhin sagt ChatGPT, er musste mich korrigieren, denn es gibt gar kein Betriebssystem, kein brasilianisches Betriebssystem namens BROS. In der Tat gibt es wohl überhaupt kein landesspezifisches Betriebssystem mit diesem Namen. Es gibt doch scheinbar ein Betriebssystem namens BROS von einem Unternehmen namens BROS Technologies, welches ansässig in Indien ist. Ich werde in diesem Video auch kurz behaupten, dass das ja so nicht stimmt, da BROS ja schon eine Weile auf dem Markt ist. Und da werde ich mich jetzt hier im Vorab schon korrigieren. Das stimmt nämlich nicht so ganz, denn BROS, das Betriebssystem, um das es heute geht, ist erst seit 2022 quasi verfügbar. Da ist das erste Release-Date quasi, da ist es veröffentlicht worden, 2022. Und wie wir ja mittlerweile alle wissen, ChatGPT ist gefüttert worden mit Daten bis zum Jahr 2021. Deswegen kann ChatGPT dieses Betriebssystem auch noch gar nicht kennen. Ja, also nur, falls ihr euch nicht wundert, ich werde jetzt in diesem Video quasi, ja, eine kleine Lüge erzählen. Und wie dem auch sei, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute zieht es uns in das schöne Brasilien. Heute schauen wir uns mal BROS an. Und ja, das BR steht tatsächlich für Brasilien. Und da wollen wir doch mal schauen. Da ist jetzt eine neue Version rausgekommen. Und diese neue Version hat was ganz Neues mit implementiert. Nämlich ChatGPT ist jetzt direkt in den Arbeitsbereich mit eingebettet worden. Man braucht natürlich für OpenAI einen OpenAI-Account. Und da bin ich mal gespannt, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, ob und wie das Ganze funktioniert. Hier wird auch noch mal ganz klar darauf hingewiesen, dass ChatGPT nicht in der Lage ist, irgendwas mit dem Computer zu machen und auch nichts aus dem Computer auslesen kann. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die Seite br-os.com. Diese Seite ist vollständig auf Portugiesisch quasi, auf Brasilien-Portugiesisch. Man könnte sich das übersetzen. Wenn man übrigens so eine Seite übersetzen möchte, empfehle ich einfach Translate. Dann auf Websites und dann einfach diese Webseite eingeben und dann auf OK. So, und auf diese Weise haben wir jetzt quasi die ganze Seite auf Deutsch hier übersetzt. Und hier haben wir in Rot nieder mit der Zensur. BROS setzt sich für Meinungsfreiheit ein und ist deshalb eben für solche Abscheulichkeiten, also sowas wie Zensur, ist eine Abscheulichkeit. So, ansonsten haben wir hier schon mal eine sehr, sehr schöne, aufgebaute Webseite. Sehr minimalistisch, schick, informativ. Da gibt es einen Blog, ein Änderungsprotokoll und noch ein paar Tipps, was man da eben so alles machen kann. Da wird das Ganze hier nochmal wunderschön beschrieben. Unter anderem ist hier Winscribe VPN wohl vorinstalliert. Dann werden wir mal sehen, was das ist und ob das wirklich vorinstalliert ist. Und noch einige Tipps und Tricks. Dann gibt es hier noch, wer sind wir? Wir ist hier in dem Falle eine Person, nämlich Anderson Marquez. Der ist im Prinzip der Chefentwickler hier von BROS, bezeichnet sich selber hier als CEO. Ich sehe nicht, dass sich das hier um eine Firma handelt. Kann mich natürlich irren, aber ein CEO ist ja in der Regel der Geschäftsführer einer Firma. Dann werden hier noch einige Linux-Kurse angeboten, so wie es aussieht, als Affiliate-Links, um sich hier noch einen kleinen Dime dazu zu verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Wir gehen jetzt aber hier mal auf Herunterladen. Das ist die neueste Version jetzt hier, 23.4. Die ist jetzt quasi erst rausgekommen. Und ja, dann würde ich sagen, einmal herunterladen. Das habe ich schon getan. Und dann einmal auf den Eventoy-Stick. So, wir sind jetzt hier auf dem Eventoy-Stick. Ich habe diesen jetzt in einen Rechner, in meine Labormaschine reingemacht, in meinen Laborrechner. Denn wir installieren jetzt BROS auf echter Hardware und nicht in eine virtuelle Maschine. So, hier ist die ISO, die wir gerade runtergeladen haben. Machen wir gleich im Normal-Mode entsprechend installieren oder starten. Und dann direkt Try or Install BROS. So, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, BROS direkt auszuprobieren oder zu installieren. Das Ganze kann ich mir jetzt hier direkt aussuchen. Ich nehme mal an, das ist der Calamares-Installer. Und ich werde jetzt hier direkt auf BROS installieren klicken. Also ich gehe jetzt gar nicht erst auf Ausprobieren, sondern wir gehen hier gleich in die Installationsroutine rein. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So, Deutsch hat er bereits erkannt, die deutsche Tastatur. So, dann machen wir weiter. So, hier gibt es jetzt die Möglichkeit auszuwählen, ob ich eine normale Installation oder eine Minimalinstallation haben möchte. Ich lasse die normale Installation, lasse den Haken hier auch drin bei Aktualisierung und bestätige auch das Installieren von Drittanbieter-Software. Und einmal weiter. So, hier sieht man dann auch, dass es sich hierbei um ein Kubuntu-Fork handelt. Ja, das heißt BROS basiert auf Kubuntu, also Ubuntu mit KDE Plasma Desktop. So, hier hat er jetzt schon die Venus Corp-Festplatte erkannt, dass er die benutzen kann, weil die nämlich leer ist. Und dann werden wir im Prinzip hier einmal die vollständige Festplatte auch verwenden. Dann einmal, jawohl. So, zwei Partitionen werden erstellt. Eine ESP-Partition und eine EXT4-Partition. In der Tat konnte ich mir das auch gar nicht aussuchen, ob ich jetzt ButterFS oder EXT4 haben möchte. Deswegen lassen wir EXT4. So, dann während er schon das alles vorbereitet, wird jetzt hier noch die Zeitzone abgefragt. Deutschland hat er erkannt. Einmal weiter. Und dann gehen wir weiter. Ihr Name ist Typ und Benutzername ist ebenfalls Typ. Dazu ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzernamen Typ. So, der Name des Rechners kann tatsächlich so bleiben. Typ HP Compact Elite. Das ist in Ordnung. Und Passwort bitte immer abfragen. Ansonsten macht das Passwort ja überhaupt keinen Sinn, wenn es nicht abgefragt werden muss. Und ja, dann warten wir jetzt ab, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist jetzt durch und wir können das System neu starten. So, dann haben wir hier den Grub Bootloader. Den klassischen. Und hier ist auch meine Debian-Installation mit drauf. Mein Datensicherungs-Server. Und das Ubuntu, das ist im Prinzip das, was wir jetzt starten. Das ist quasi BROS. So, und dann sind wir hier auch schon beim Login-Bildschirm. Dann melden wir uns einmal an. Und schon sind wir hier auf der Oberfläche. Und ja, das ist im Prinzip BROS. Ein wunderschönes Hintergrundbild mit den Bergen. Und hier unten haben wir dann ein Dock. Das ist das Latte-Dock, nehme ich mal an. Können wir ja rausfinden. Einfach irgendwo hier mit Rechtsklick drauf. Und jawohl, Latte einrichten. Das ist im Prinzip das Latte-Dock. So, dann machen wir gleich mal Rechtsklick hier direkt auf die Arbeitsoberfläche. Da gibt es das Arbeitsfläche und Hintergrundbild einrichten. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, noch diverse Hintergrundbilder auch festzulegen. Da gibt es nämlich einige wunderschöne Hintergrundbilder direkt aus Rio de Janeiro, aus Brasilien. Zum Beispiel hier ist die Christus-Statue. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Hafen. All das sind wunderschöne Hintergrundbilder, die man hier auf jeden Fall auch benutzen kann. Und so wie es aussieht, sind das Hintergrundbilder von Pexels. Und Pexels ist so eine Datenbank für kostenfreie Stock-Footage-Bilder. Und ich würde sagen, passend zum Betriebssystem, lassen wir jetzt einfach hier diese wunderschöne Aufnahme aus Rio de Janeiro. So nochmal anwenden. So, Rio de Janeiro, direkt hier Christus der Erlöser. So heißt diese Statue. Und das ist hier unten Rio de Janeiro. Und gut, das passt ein bisschen besser. So, schauen wir mal an, was hier auf dem Lattedock alles so drauf ist. Wir haben hier ganz links das BR. Das ist im Prinzip das Startmenü. Das ist ein ziemlich einfaches Anwendungsmenü, angelehnt an die alten, ich sag mal so Windows-Zeiten. So, direkt daneben haben wir schon die erste Neuerung. Das hier ist nämlich ChatGPT. Und da können wir uns gleich schon mal einloggen. So, und zack, schon sind wir einmal angemeldet und können hier auf Next, Next und Done machen. Und schon sind wir hier direkt bei ChatGPT drin und können dann quasi direkt loslegen. Zum Beispiel, schauen wir mal, ob ChatGPT BROS überhaupt kennt. Beschreibe kurz, was BROS ist und seine Besonderheiten. Und da schreibt, das ist ein Betriebssystem für den Einsatz in industriellen Umgebungen, das von der deutschen Firma Hilscher entwickelt wurde. Aha, so, er schreibt jetzt hier ein paar Besonderheiten auch auf. Möglicherweise scheint er irgendetwas verwechselt zu haben. Zumindest BROS für Industrial Automation. So, dann formuliere ich das Ganze nochmal um, beschreibe das brasilianische Linux-Betriebssystem BROS. Dann schauen wir mal, ob er das findet. So, gucken wir mal. So, es gibt kein Betriebssystem namens BROS, das aus Brasilien stammt. Es ist möglich, dass sie BROS mit Leerzeichen geschrieben meinen, ein Betriebssystem, das von der deutschen Firma Hilscher entwickelt wurde. Gut, so, so wie es aussieht, ChatGPT kennt BROS gar nicht. Obwohl BROS tatsächlich schon eine Weile, ja, da, obwohl es das schon eine Weile gibt, schon eine Weile existiert, ist ein bisschen seltsam. Aber okay, gut, ChatGPT ist ja auch nicht perfekt und kann nicht alles wissen. Und das ist, glaube ich, so nochmal der perfekte Beweis, dass man wirklich aufpassen muss, was ChatGPT hier ausgibt. Das ist nicht immer das, was die richtige Antwort für einen ist. Gut, machen wir mal weiter. Wir haben hier unten zwei Browser, einmal den Firefox-Browser und einmal den LibreWolf. So, LibreWolf ist im Prinzip ebenfalls, ja, ein Firefox-Browser, wenn man es so sieht, nur halt komplett ohne properitäre Blobs sozusagen. Also mit dem Ziel Privacy, Security und Freedom. So, und LibreWolf ist hier auf Englisch, aber dafür ist der Firefox schon auf Deutsch voreingestellt. Das ist sehr, sehr gut. Und wir machen mal direkt hier weiter. Wir haben dann danach daneben Dolphin. Das ist ein Standard-Dateimanager, der, ja, ziemlich schick aussieht. So, es gibt auch hier die Möglichkeit, direkt ein Terminal zu öffnen, direkt im Dolphin. Das finde ich mal sehr, sehr schön. Dann ist man auch gleichzeitig in diesem Ordner, wo man sich befindet, nämlich automatisch CD und dann CD Home-Typ. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in die Dokumente reingehe, dann geht er auch hier automatisch mit der CD in die Dokumente rein und dann ist man direkt drin. Darauf zugreifen auf dieses Terminal kann man mittels der Tastenkombination F4. Wenn ich Umschalt-F4 drücke, dann öffnet sich quasi das Terminal extern. Das ist sehr glasig, dadurch kann man es ein bisschen schlecht sehen. Das ist aber nicht so schlimm. Gut, so F4 lässt das Ganze hier wieder verschwinden. Super. So, machen wir mal weiter. Wir haben hier Pinta. So, Pinta ist quasi, ja, eine einfache Zeichen-App, ähnlich wie Krita, nur noch ein bisschen einfacher gehalten. So, dann haben wir hier noch Kate. Kate ist im Prinzip der KDE-Text-Editor, den man eben auch sehr schön als IDE benutzen kann, da dieses auch sehr, sehr umfangreich ist. So, Taschenrechner ist ja ebenfalls mit angehängt schon an das Dock. Dann haben wir hier die Konsole. Die hatten wir uns gerade eben schon kurz angeschaut. So, dann gibt es noch das Discover Software Center. Hier kann ich mir dann unzählige Software eben herunterladen, was man eben alles so gebrauchen kann. Aktualisierungen sind auch schon einige vorhanden, sieht man hier. Und wenn ich in die Einstellung reingehe, dann sieht man hier, welche Repositories alle eingebunden sind. Flathub ist schon automatisch mit aktiviert. Dann gibt es hier diverse Paketquellen direkt von BROS. Alles basiert soweit auf Ubuntu Luna. So, hier ist Kryptomator drin. Dann werde ich gleich mal gucken, was das sein soll, was das ist. Und die Standard-Debian-Repositories von Debian Luna. So, und hier ganz unten habe ich noch die Möglichkeit, Snaps zu installieren, Snap-Backend, wenn ich also Snaps auch noch haben will. So, hier haben wir dann noch die Systemeinstellungen, sodass ich ziemlich schnell und einfach auf die Systemeinstellungen zugreifen kann. Gut, dann gehen wir mal hier noch in die Anwendungsliste rein und schauen mal, was hier alles vorinstalliert ist. Tatsächlich ist als Office-Paket diesmal nicht LibreOffice vorinstalliert, sondern OnlyOffice. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Entscheidung. So, OnlyOffice ist quasi eine Open-Source-Alternative zu LibreOffice und vor allem auch zu Microsoft Office. Und man erkennt schon an den Farben, sieht man das schon, und das ist ja an Microsoft Office auch angelehnt, damit ein gewisser Wiedererkennungswert. Da ist auch vom Optischen her mit diesen Reitern hier, ja, blau ist quasi dieses Word. Dann hatten wir hier im Prinzip das, ja, Excel- oder Tabellenkalkulation. Hier in grün, auch hier mit diesen Formatierungsvorschlägen schon. Und auch, was PowerPoint bzw. Präsentation ist, ist das die Alternative zu PowerPoint. Auch das sehr, sehr schön von der Farbgebung her. Ja, und vor allem ist OnlyOffice zu 100% kompatibel mit den Microsoft-Formaten. Unter Dienstprogramme befinden sich eben diverse KDE-Plasma-Standard-Anwendungen, aber eben auch zum Beispiel den Kryptomato. Da möchte ich jetzt mal wissen, was das ist. Ah, sehr interessant. Mit Kryptomato kann ich quasi einen Tresor erzeugen. Das ist sehr schön. Und ein Tresor ist quasi ein verschlüsselter Ordner. Ich werde jetzt mal einen neuen Tresor erstellen. Den nennen wir einfach Typ-Test. Diesen Tresor ist ein gültiger Name. Das ist sehr, sehr gut. Und so, dann sollen wir hier einen Speicherort festlegen. Den nennen wir auch Home-Typ-Typ-Test. Das ist in Ordnung. Dann einmal weiter. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für diesen Tresor. Muss also mindestens acht Zeichen sein. Ein Problem. Machen wir das. Nehmen wir ein starkes Passwort. Und das muss auch übereinstimmen. So, ohne dieses Passwort kannst du auf deine Daten nicht mehr zugreifen. Möchtest du für den Fall eines Passwortverlustes einen Wiederherstellungsschlüssel erstellen? Ne, den brauche ich jetzt nicht. Kann aber durchaus sinnvoll sein, einen solchen Wiederherstellungsschlüssel zu erstellen, den man dann irgendwo sicher speichert. So, wir machen jetzt erstmal den Tresor hier erstellen. Wurde hinzugefügt. Können wir den auch gleich entsperren. So, und der Inhalt des Tresor-Typ-Test ist nun über dessen Einhängepunkt erreichbar. Okay. So, und zwar hier findet man das Ganze ja jetzt nicht. Deswegen einmal STRG und H gedrückt. Dann werden die versteckten Ordner nämlich gleich mit angezeigt. Und dann gibt es hier den Ordner LOCAL. PTER. Dann CRYPTOMATOR. MOUNT, also MNT. Und hier ist mein, ja, mein Ordner im Prinzip. Mein verschlüsselter Ordner, der jetzt entschlüsselt ist. Und da ist schon eine RTF-Datei drin. So eine Willkommens-Datei im Prinzip. Die können wir uns jetzt mal anschauen. Da kann man so herzlich willkommen. So, herzlich willkommen. Weitere Informationen auf www.soentypiminternet.de. Bitte abonnieren nicht vergessen. Dann kann ich das Ganze einmal so abspeichern. Dann ist das Ganze gespeichert. Und dann kann ich, wenn ich jetzt hier wieder auf den CRYPTOMATOR draufgehe, kann ich den ganzen Spaß wieder verschließen und sperren. Und dieser, ja, dieser Tresor ist jetzt tatsächlich komplett dicht. Und wenn ich jetzt hier in den persönlichen Ordner gehe, gibt es hier im Prinzip meinen Ordner Typ Test. Hier ist auch eine Datei wichtig drin. Da steht aber nur noch mal drin, dass ich hier keine Dateien einfach so ablegen darf. Also das ist nicht der eigentliche Tresor, sondern das ist im Prinzip einfach nur, ja, das Portal. Und, ja, die eigentlichen Dateien sind dann quasi hier entsprechend verschlüsselt. So sieht das Ganze dann aus. Und da, ja, kann man diesen Ordner dann halt auch zum Beispiel auf dem USB-Stick schreiben und dann entsprechend überall, wo man das Ganze öffnen möchte, kann man diesen Tresor im Prinzip oder, ja, genau, diese Tresordatei entsprechend hier entsperren. Gehe ich dann einfach auf Entsperren, gebe mein Passwort ein und dann ist dieser eben über den Einhängepunkt verfügbar. Und der Einhängepunkt wird immer hier angezeigt, das wäre dann Local Share Cryptomator MNT-Typ Test. Und da ist dann der Inhalt drin. So viel zum Thema Cryptomator. Ich finde, das ist schon wichtig, dass wir das mal hier behandelt haben. Das Ganze können wir jetzt wieder sperren und von mir aus auch löschen. Sehr gut. So, dann machen wir mal weiter. Wir haben Notepad QQ direkt mit vorinstalliert. Das ist im Prinzip Notepad++ für Linux. Das ist ja ein ziemlich beliebter Editor in Windows. Der wird sehr, sehr gerne verwendet, Notepad++. Und dieses Notepad QQ gibt es eben auch für Linux. Das ist im Prinzip genau dasselbe. So, und hier unten haben wir jetzt auch Windscribe. Und Windscribe ist im Prinzip ein VPN. Und zwar ist Windscribe tatsächlich Open Source. Es gibt aber auch einen Premium Plan, wo ich dann zum Beispiel unbegrenzten Traffic habe. Sehr viel mehr Standorten, ich mich verbinden kann und so weiter und so fort. Einfach auf Get Started und dann kann man sich hier entsprechend einloggen. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier so einen Typ im Internet. Dann kann ich mir hier ein Passwort vergeben. Dann nehme ich jetzt aber ein richtiges Passwort. Also das lasse ich mir jetzt hier ausnahmsweise mal nicht generieren. Normalerweise lasse ich mir immer Passwörter generieren. So, dann kann ich optional eine E-Mail-Adresse angeben. Das muss ich aber nicht. Das heißt, ich kann mich hier komplett einloggen bzw. registrieren, ohne eine E-Mail-Adresse anzugeben. Und es gibt einen, ja, einen Ad-Blocker und Tracker-Blocker namens Robert, den ich denn ebenfalls mit aktivieren kann. Und dann kann ich jetzt hier diesen Account mal erstellen. Also ich kriege jetzt hier quasi eine Traffic-Begrenzung von 2 GB. Das ist jetzt für den Test auch in Ordnung. Sign up anyway. So, wenn man eine E-Mail-Adresse angibt, dann kriegt man sogar 10 GB kostenfreies Datenlimit zugewiesen. So, und hier kann man sich dann das Ganze dann alles nochmal ein bisschen, ja, anschauen, was man dann haben möchte. Und hier gibt es dann auch noch, hier kann man das Ganze auch auf Deutsch umschalten. So, das ist jetzt wie gesagt immer noch die Webseite. So, jetzt sind wir auf Deutsch. Und hier gibt es dann auch noch im Prinzip Preisgestaltung. Hier kann man dann im Prinzip so ein Abo eben abschließen. So ein Jahresplan kostet dann halt so knapp 5, 6 Euro im Monat. Und das ist quasi eigentlich schon sehr, sehr gut machbar. So, hier haben wir dann im Prinzip die ganzen Server, die wir haben. Wir haben hier die ganzen kostenfreien Server. Die gehen dann quasi die meisten in Europa, aber eben auch USA, Kanada und Hongkong. Und ansonsten gibt es dann noch unzählige mehr, wo ich mich dann verbinden kann. Jetzt, wo ich mich registriert habe, kann ich mich ja hier einloggen. Okay. So, dann gibt es hier noch VPN for Firefox. Das ist quasi so ein Add-on, welches ich dann hier direkt in den Firefox mich, also integrieren lassen kann. Das werde ich jetzt erstmal nicht machen, sondern ich werde jetzt hier mir die Best Location hier raussuchen. So, ich kann hier die Locations alle, ja, aufklappen. Und dann gibt es hier zum Beispiel, Best Location wäre jetzt irgendwo in Deutschland. Es gibt jetzt nur noch ein bisschen USA, Kanada und so weiter. Und Frankreich zum Beispiel haben wir. Niederlande, Norwegen ist verfügbar. Und die Schweiz. Ich werde mich jetzt hier einfach mal mit der Schweiz verbinden. Und zwar mit, ja, Altstadt, wenn das funktioniert. Ne, das scheint hier nicht zu funktionieren. Ich muss upgraden. Dann werde ich mich mit Albraun verbinden. Dann warten wir einfach mal. So, okay. So wie es aussieht, habe ich jetzt hier eine neue IP-Adresse zugewiesen gekriegt. Und kann jetzt einfach mal schauen, wo ich mich gerade befinde. So, und dann bin ich hier auch schon bei IP-Location. Und hier ist jetzt die IP-Adresse, mit der ich hier auch verbunden bin. Die 164. und so weiter mit der 170. Das ist quasi meine IP. Und, ja, da ist hier rausgekommen, ich befinde mich gerade in Zürich, in der Schweiz. So, dann können wir jetzt hier nochmal die Location einfach ändern aus Spaß. Ich werde mich jetzt hier mal mit der Türkei verbinden, direkt mit Istanbul. So, habe ich jetzt hier direkt auf Aktualisieren gedrückt. Und super rucki zucki wurde hier die neue IP hier rausgefunden. Nicht hier oben, sondern hier unten die rausgefunden. Und ich befinde mich jetzt in der Türkei, in Istanbul. Direkt über Windscribe Server. Ja, also das ist eine hervorragende, schöne Alternative mal für, ja, für die Verbindung zwischendurch. Wie gesagt, bis 2 GB oder bis 10 GB ist dann quasi kostenfrei, wenn man sich mit E-Mail-Adresse dann registriert. Und ansonsten ist es kostenpflichtig und, ja, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr coolen Eindruck. Ich bleibe jetzt hier einfach mit Istanbul verbunden. Das finde ich in Ordnung. Und deswegen hauen wir das Ganze jetzt Closing Windscribe. Nö, nö, können wir ruhig offen lassen. Und machen das Ganze hier in das System-Tray rein. So, dann machen wir mal noch schnell weiter, was wir hier sonst noch so haben. Entwicklungsumgebung, Kate und Notepad QQ haben wir uns gerade schon angeschaut. Bei Grafik, da haben wir Blender mit drin. Darktable ist eine Verwaltung oder ein Fotobearbeitungsprogramm für professionelle Fotografen. Gimp ist schon mit vorinstalliert. Genauso wie Inkscape und auch Krita ist mit vorinstalliert, was im Prinzip die etwas üppigere Variante zu Pinta ist. So, bei Internet haben wir einmal den Firefox-Browser. Den haben wir ja eben schon gesehen. Genauso wie Conversation, ein Chat-Programm ist mit dabei. Ein RDC, also ein Fernverwaltungsprogramm für entfernte Rechner. Das ist standgemäß im KDI-Gear mittlerweile mit enthalten. LibreVolf ist mit drauf. Auf Qubit-Dorrent und Telegram-Desktop ist ebenfalls vorinstalliert. So, dann kommen wir zum Multimedia. Da haben wir gleich ganz große Geschütze hier aufgefahren. Nämlich ADOR 7 ist nämlich eine DAW. Das bedeutet eine Digital Audio Workstation. Und das Ding ist richtig üppig und groß für Musikproduzenten. So, einmal hier. Okay, wir können zwei Tracks kreieren. So, und jetzt sind wir quasi drin und könnten jetzt hier quasi anfangen mit Recording. Ich habe jetzt das Recording-Template aus Spaß genommen. Und das erinnert einen dann schon so ein bisschen an FL Studio auch. Frutiloop Studio, wer das noch von früher vielleicht kennt, FL Studio. Und ja, ADOR ist hier mit drauf. Sehr, sehr interessant, dass ja dieses doch sehr nischige Programm dann hier schon vorinstalliert ist auf so einem allgemeinen Betriebssystem. Wir machen das Projekt jetzt hier verwerfen und unwiderruflich löschen. So, dann haben wir hier den ELISA Audio Player und den Haruna Media Player mit drauf. Das ist völlig in Ordnung. CadenLive ist ebenfalls das Videoschnittprogramm. CadenLive ist mit vorinstalliert. WinFF kenne ich so nicht. Sieht eher aus wie zum Konvertieren. Okay, ist ein Konvertierungstool, so wie es aussieht. Da kann ich bestimmte Dateien von einem Format in ein anderes konvertieren. Und dann haben wir hier unten noch XIadeo. Auch da bin ich mir jetzt hier nicht so ganz sicher, was das ist. So, wenn wir nicht wissen, was XIadeo ist, dann können wir einfach danach bei ChatGPT nachfragen. XIadeo ist also ein Videoplayer für Linux. So, es wird hauptsächlich von Musikproduzenten und Toningenieuren verwendet, da hier Video und Audio in Echtzeit synchronisiert werden können. Ich nehme mal an, das wird sowas dann sein wie für sogenannte VJs, also Videojockeys, wie in Diskotheken, die dann zu der Musik, die quasi gerade läuft, dann sogenannte Videovisuals parallel dazu synchronisieren und abspielen. Ich nehme mal an, dafür ist das gedacht. Und das Ganze lässt sich synchronisieren durch Jack Control. Gut, das geht aber jetzt viel zu weit und viel zu tief ins Detail. Wie gesagt, ich bin ganz schön überrascht, dass solche nischigen Themen wie Musikproduzentensoftware und so weiter und eben auch dann sowas wie XIadeo hier mit dabei ist auf diesem System. Gut, dann gibt es noch diverse Systemprogramme. B-Top++ ist quasi so eine H-Top-Alternative, die unfassbar schick aussieht und auch umfangreiche Informationen anzeigt zum System. Dann haben wir noch das Informationszentrum und die ganzen üblichen Verdächtigen und auch die Muon-Paketverwaltung. Und die Muon-Paketverwaltung ist quasi sowas wie die Synaptics-Paketverwaltung, nur direkt bereitgestellt von KDE. So, Timeshift ist ebenfalls mit drauf. Nur schade, dass man eben ButterFS nicht von Anfang an mit auswählen konnte, weshalb das die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger macht mit dem automatischen Datensichern. So, und das war es im Prinzip auch schon. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. So, was gibt es abschließend noch zu sagen zu BROS? BROS ist ein wunderschönes, modifiziertes Kubuntu, welches von Anfang an ohne Snaps daherkommt, dafür mit aktivierten Flatpak-Repositories. Was ich sehr schön finde, neben dem Design, welches eher an ein Mac erinnert, gerade mit dem Dock und auch mit der Fensterdekoration, ist die vorinstallierte Winscribe-VPN-Software, die mich ziemlich schnell ermöglicht, mich eben in ein anderes Land zu verbinden und eine VPN-Verbindung herzustellen. Finde ich sehr, sehr gut. Was ich persönlich vielleicht ein bisschen unnötig finde, ist die professionelle Musiksoftware Ardur, weil ich finde, das ist tatsächlich sehr, sehr nischig und wird quasi von so gut wie niemanden irgendwie verwendet, außer für die, die wirklich aktiv in der Musikproduktion tätig sind. Was ich auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool finde, ist die Implementierung von ChatGPT als Plasmoid direkt in das Latte-Doc mit rein, so dass man dann hier entsprechend ChatGPT direkt verwenden kann für seine tägliche Arbeit. Das macht das System tatsächlich auch absolut brauchbar und nutzbar und gibt einem auch hier und da sicher mal so einen kleinen Anreiz, wie man sein System überhaupt auch gestalten kann für den täglichen Alltag. Ist das System für den Alltag geeignet? Auf jeden Fall. Ist das System für Anfänger geeignet? Auf jeden Fall. Und für Fortgeschrittene und Entwickler? Absolut. Gut, es ist wirklich für allen was dabei. Es ist ein System wirklich für die Masse. Ich nehme aber an, dass der Entwickler seine Zielgruppe weiterhin im südamerikanischen Raum ausbaut und weniger in Europa. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.